In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du ein OneNote Kursnotizbuch in ein anderes Microsoft-Konto kopieren kannst. Wenn du deine bisherige Schule verlässt, ist es dir vielleicht wichtig, eine Kopie deiner Kursnotizbuchdaten in einem privaten Microsoft-Konto zu sichern. Dazu öffnest du zuerst die Webseite onenote.com und meldest dich auf onenote.com mit deinem Schulkonto an. Sobald du dich angemeldet hast, siehst du hier in der Übersicht die zuletzt verwendeten Notizbücher. In diesem Menü wechselst du dann auf den Reiter Kursnotizbücher und dort siehst du deine Kursnotizbücher. Möchtest du ein bestimmtes Kursnotizbuch suchen, funktioniert das über die Suchfunktion hier rechts oben. Ich suche nun nach Kursnotizbüchern aus dem Jahr 2022. An erster Stelle sehe ich nun mein Kursnotizbuch aus der 3C im Jahr 2021-2022. Klicke ich nun mit der rechten Maustaste auf den Namen dieses Kursnotizbuches, kann ich nun hier in diesem Kontextmenü den dritten Punkt auswählen, Kopie speichern. Es öffnet sich dann entweder ein Pop-up Fenster oder so wie hier in meinem Fall ein neuer Browser-Tab. Ich kann nun auswählen, ob ich dieses Kursnotizbuch in einem Geschäftsschul- oder Unikonto speichern möchte oder in einem privaten Microsoft-Konto. Je nachdem, wohin du die Kopie speichern möchtest, wählst du nun eine der beiden Optionen. Ich möchte das Kursnotizbuch in einem privaten Microsoft-Konto sichern. Ich klicke daher auf in einem Microsoft-Konto speichern. Im nächsten Schritt musst du dich nun mit deinem privaten Microsoft-Konto anmelden. Sobald du angemeldet bist, wirst du nun gefragt, ob du das Notizbuch kopieren möchtest. Ich klicke auf Notizbuch kopieren. Im Hintergrund wird dein Kursnotizbuch nun kopiert und du kannst dieses Browser-Tab schließen. Ich habe mich nun im Browser bei meinem privaten Microsoft-Konto angemeldet. Klicke ich nun links im Menü auf OneDrive, öffnet sich nun in einem neuen Browser-Tab mein OneDrive. Im Ordner Dokumente findest du nun eine Kopie des Notizbuches. Dieses Notizbuch habe ich vor einigen Tagen bereits demoweise kopiert, daher handelt es sich nun nicht um das bildnerische Erziehung-Notizbuch. Dieser Weg, ein Kursnotizbuch zu kopieren, funktioniert allerdings wirklich nur mit Kursnotizbüchern. Möchtest du ein herkömmliches OneNote-Notizbuch sichern oder einzelne Inhalte daraus, würde ich dir empfehlen, dich in der Desktop-App von OneNote mit dem schulischen und dem privaten Konto anzumelden und dann die Abschnitte bzw. Seiten manuell zwischen dem alten Notizbuch und dem neuen Notizbuch zu kopieren. Ebenso einfach würde es funktionieren, wenn du Daten von deinem OneDrive sichern möchtest. Hier würde ich die Daten aus dem OneDrive einfach lokal auf deinem Computer speichern und dann bei Bedarf in ein neues OneDrive verschieben oder kopieren. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen, deine schulischen Kursnotizbücher in ein anderes Microsoft-Konto zu sichern, sodass sie bei einem Schulwechsel nicht verloren gehen.